Herbisch, California Ne gut, hier machen wir weiter Bei Sichtkontakt, Feuer frei Ja, Sir Interessant, interessant Ich musste jetzt auf jeden Fall hier einen Schnitt machen Weil es uns einfach Das Let's Play zu lange gegangen wäre Weil das einfach an den Aneinander hing Erstmal herzlich willkommen zurück auf jeden Fall Ich wollte euch jetzt nicht stören In der ersten Videosequenz Ich hoffe es war ein gut gemachter Schnitt Und es hat etwas die Stimmung aufrechterhalten Also die Stimmung sagt man die Halt diesen Kanal frei Aber Sir, wir haben Störungen im Nordwesten Die Lage ist unter Kontrolle Halt diesen Kanal frei Hä? Da hat doch vorhin Hä? Die hat doch das letzte Mal Die hat doch Giftpfeile damit geschossen Äh, verstehe ich das jetzt? Ach, null Giftpfeile und wie kann ich jetzt Kann ich die nicht herstellen Irgendwie die Giftpfeile Kann ich keine Giftpfeile herstellen? Doch, jetzt Jetzt haben wir einen Giftpfeil Den werden wir auch gleich nutzen Schön Dreh durch, los Sehr geil Los Jawohl Hat sich dieser Scheiß Indie mal gestaut Los, los, los Komm Knall die ab Jawohl Den Augen Hier ist noch einer Knall den ab Los Sag mal Alter Falter Und ich kann Warum Ja, warum Nehme ich nicht einfach das Gewehr? Warum sollte ich Gewehr? Jetzt können wir wieder Papagipfeile herstellen Ah, kein Gift mehr, ne? Okay Müssen wir die halt blintern hier alle? Zack, zack, zack Ich bin gespannt Ich würde gerade sagen Ich dachte, hier wäre es was gewesen Ich bin gespannt, ob wir Die anderen alle bekommen Die jetzt hier weggerannt sind Und ob unser Hawaii-Tianer Nennt man das so? Hawaii-Tianer Ja, ne? Überlebt hat Ob er flüchten konnte Hier spricht Rogue Croft wurde im Hof gesichtet Wiederhole Euer Sekundärziel Ist die Neutralisierung von Croft Da haben wir sie doch Sie ist allein in der Kirche geblieben? Da drin herrscht der Chaos Natürlich Aber es ist Hab ich noch einen Ich hab keinen Pfeil mehr Das ist schlecht Hätte ich mir aufheben sollen Schlammlöscher, los Bitte, bitte, bitte Versuch's hier bei uns Ich seh mir das jetzt mal an Komm weg, 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 weg Irgendwas ist hier verdächtig Ja, schön wie das Stealth-Modus, ne? Klasse Kennt man von gestern, ne? Gestern Abend haben ich ja Also nicht von gestern, sag ich Beim letzten Mal im Livestream Hab ich ja genug Stealth-Action gemacht Ich musste notgetrunken genug Self-Action machen Schnell verstecken Wo sind Gegner? Eins Zwei Zwei Gegner Niemals Wo ist er? Ah, okay Ja, zieh mal noch nicht Nein, Sir Tut mir leid, Sir Das reicht mir nicht Ihr Freund hat die Schatulle Holt sie raus Holt sie raus Was, 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 was Nicht gut Wer? Okay, sehen die dich? Ne, sehen die dich nicht Sehr schön Hey Wir erleiden Verluste Dafür bezahlen sie Gott Gott Heiliger Wir erleiden Verluste Verstanden Waffen bereithalten Was zum Teufel Wählt alles auf den Kopf Oh, scheiße Ich seh mich lieber mal um Ja Oh, fuck Jetzt habe ich ein großes Problem I have a big problem Möglichst dicht zusammen Sprecht leise Verdammt Sie macht die Akt auf uns Was meinst du? Verstanden? Sehen wir sie wieder? Waffen bereithalten Sicher Heilige Sehen wir uns mal um Oh, halte, war das knapp Wow Hast du eine Ahnung, wer wir sind? Da, bitte mal aufhören Bistig Jonah, wo bist du? Ich bin im Zuckerrohrfeld Sie sehen mich nicht Halt den Kopf unten Bin unterwegs Siehst du, ich hätte Ach Mensch Das vergesse ich immer wieder Ich kann ja die Leichen auch Manipulieren Das Das ist dann im Endeffekt Schrapnellbomben sind Mitdenken Einmal mit Profis arbeiten So, nimm die Karte auf Ja, ist klar Die könnte Karte angucken Aber Die Laura nicht Okay Kommen wir hier rein Ach hier, guck Etwas Öl für die Hautpflege Lichtschutzfaktor Okay Ich schau nochmal hier vorne kurz hoch Wir springen nochmal an der Wand hoch Mal sehen, ob ich da oben irgendwas finde Und nicht, dass wir irgendwas vergessen Krass Aha Okay Ja, hätte man vielleicht eher wissen müssen Dann hätte man ein paar schönes Death Kills durchführen können Was liegt denn hier Ach nochmal Öl Das sah aus wie eine Mine von oben Stopp, 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 stopp Ach so, eine Schrapnellgranaten Okay Man kann welche herstellen dadurch Okay, hab ich verstanden jetzt Ihr wisst, dauert beim Irmacht Das immer mal etwas Länger Trotzdem Was hat es damit auf sich Was ist das Warte mal, da kannst du einfach drüberspringen Jetzt Jetzt zähl ich erst das Weiße hier dran Eieieiei Man will nicht wissen, was das Weiße ist Zuckerrohr alle Einheiten Höchste Priorität Findet Lara Croft Ihr habt den Commander gehört Weidmannsheil Weidmannsdank Ich weiß, dass du da bist Ich hätte dich in Sibirien töten sollen Aber Dominguez war dagegen Meine Schuld Aber den Fehler korrigiere ich Jetzt Nummer Wo bist du? Oh, das gefällt mir nicht Hä 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 Hey Weißt du, in einigen Fässern ist noch... Verdammt, Jameson Mach deinen Job Janissen Was ist das? Dafür hab ich nicht genug Platz Schade, schade Hier haben wir nochmal Öl Okay Nimm das Öl Lara Ich will ihren Tod Munition Jetzt Komm schon, komm schon Los geht's Ich übernehme die Spitze Wir sind mit 1 Wir sind mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gehen Hey, wo ist Jameson? Scheiße Gerade haben wir doch geredet Alter, schläft An alle Jameson ist weg Sammeln und vorrücken Rein gar nichts Ist ja nichts Alles voll Ich kann nicht mit Ich kann nicht mehr tragen. Sorry, Davio. Muss jetzt einfach mal sein. Ich kann nicht mehr tragen. War es das schon? Nee. Ups. Haha. Wo ist ich überhaupt die andere Pumpe? Dann. Muss ich das ausrüsten bestimmt, ne? Na, es klappt halt nicht immer, ne? Mit den Stealth-Kills. Tut, 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 tut. Tun wir hier rein? Nee. Kommen wir hier hinten irgendwo rein? Njet. Okay, dann. Jump. Ah, la bouche. Oh, nee, ne? Nicht schon wieder. Jetzt wird's Interessant. Wir holen sie uns. Boah. Alter Verwalter. Nie wird's, aber ich würd's das einfach sagen. Aktion Aktion Geil! Geil! Das ist selber in den Luft gesprengt, dieser Trottel. Ich dürfe es leider eigentlich. Mist. Ah, keine Chance, keine Chance. Das müssen wir nochmal machen. Das ist doch... Kannst du auch bloß so Deckung suchen oder so einen kleinen Stoney, ne? A little bit of stone. Äh! Okay. Das ist wie keine Munition mehr hier. Ganzes Magazin voller Munition. Nasenberg. Ja, versuch's nicht reinzuschleifen. Uiuiuiui. Da! Ja. Ja, was machst du denn? Ja, du bist so crazy. Ich bin in dem Heli. Ich hab den Piloten. Was? Schnell! Ja, schnell! Hm. Slow. Schnell! Was ist so? Nicht gut. Geh mir die Schatolle! Nein! Mist! Schieß den doch runter. Du hast den Maschinen gefahren, den Pumpgun. Schieß das, scheiß den runter. Schieß auf den Motor. Da schwebt doch immer noch der drunter Hubschrauber. Wieso hier? Verstehe ich jetzt nicht. Was zum Teufel sollte das? Wäre ich du, wäre es gut gegangen. Die kommen nicht weiter. So. Geh. Los, wir schaffen das. Dann lassen wir das jetzt erstmal. Wir beenden das kleine Let's Play. Diesmal etwas kürzer. Wir müssen jetzt auf jeden Fall irgendwie den Hubschrauber hinterher. Oder auch nicht. Dann machen wir halt hier weiter. Sehr schön. Oh mein. Der Kontroller tritt komplett durch. Na komm, 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 komm. Ja, also da. Jetzt können wir auf jeden Fall nicht sagen, ne. Jetzt ist zweimal Action. Das heißt Action. Das eine Let's Play war halt mehr Rätsel. Und dieses Let's Play ist halt nur Action. Hier ist Cardinal One. Motor läuft wieder. Alles bestens. Boah. Bist du jetzt? Wow. Alter Vater. Boah. 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 Ja. Also wenn das nicht ein Däumchen nach oben wert ist, dann weiß ich's auch nicht. Hä? Du solltest springen, du Eule. Weiß nicht, ob was springen ist. Springen ist das Gegenteil von Rutschen. Rutschen macht man auf den Boden, springen ist hoch in die Luft. Verstehst du das? Oh, wow. Ja, spring doch mal. Wieso springt denn die nicht? Ich drück jedes Mal drauf und die springt nicht. Mann. Du. Du solltest doch jetzt springen. Lara. Genau. Und alle hoppa. Genau, wie ein junges Rägen. So alt bist du noch nicht. Außer auch nicht so dun als jetzt der alte Knochen. Upsala. Zentrale, hier Cardinal One. Alle Systeme in der Team. Sind auf Kurs Richtung 3, 2, 7. Alter Vater. Wohin? Ach, du Heimatland. War das jetzt ein Vulkanausbruch oder was war das jetzt eigentlich? Sah aus wie Vulkan, ne? So Lara. So Lara, jetzt hast du erstmal einen Daumen. Dann würde ich sagen, ich warte kurz ab. Die ist fertig. Ich würde sagen, mit diesen Bildern beende ich das Let's Play. Okay, jetzt wirklich. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis später. Das war's. Bis später. Bis später. Bis später. Untertitelung des ZDF, 2020